eigentlich müsste ich alles was in a ist wir sagen alles was in a ist würde ich könnte ich jeden tag fast essen was in s ist davon würde ich mich ernähren also wir machen etwas neues wir machen eine tierlist mit süßigkeiten also deutschen süßigkeiten alles was ich nicht kennen werde wärmer am ende sammeln und dann schauen ob ich das irgendwie besorgen kann und dann probieren wir das mal hier uns team ob das ob das vielleicht sich noch irgendwo einordnen kann in der liste ist ja gut aus oder die machen wir das ist auch die von 3 mix also es kommt natürlich nur die top also es packen wir alles was top 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 ist was was ich jeden tag futtern könnten hier jetzt in der werbung also hallo hier noch ein adblocker oder irgendwas so sei gut würde ich so sagen alle zwei tage könnten wir das futtern und so gehen wir weiter runter und d das würde ich gar nicht essen und alles was dann hier unten drinnen noch ist muss ich da mal gucken ob ob wir das mal besorgen können also ricola ist das eigene süßigkeit ist die frage ich esse es mal oder wird es essen wenn ich halsschmerzen habe ich packe es bei c rein weil es mir schmeckt aber nicht als süßigkeit eigentlich aber ich würde es nicht nicht als ich würde es nicht nicht essen deswegen pack ich bei c rein die hier die flicken liegt oder wie die hießen von da war die waren früher von togo weiß ich noch schwierig 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 eigentlich bin ich so der lolli fan fand ich immer ganz cool mit dem zu klapp zeug ich packe es zu d die werden mittlerweile mir einfach zu süß glaube ich hier ganz klar die traubenzucker die lagen früher überall rum die hast du am arzt gekriegt überall anuta ich glaube ich auch nicht lange drüber reden milchschnitte safe call auch das sind das die mau am diese streifen glaube ich neu am streifen b ich brauche jetzt nicht jeden tag aber wenn sie da sind es ist ja auch gern also ich glaube ich kann was alles hier auf der liste merke ich gerade diese dinge hier auch diese schlangen haribo schlangen sind zuckerig aber dublo dublo ganz kleiss auch bueno ich glaube da muss man nicht lange überlegen aber die zwei sind safe es genauso wie kinder pinguin finde ich noch mal eine stufe über der milchschnitte ist mein lieblings kühlschrack snack von kinder würde ich sagen schoko krossis aus der verpackung schoko krossis selber gemacht hätte ich jetzt in s bis a gemacht und die aus der packung man muss eigentlich kaufen deswegen meist jetzt im b aber sind natürlich auch gut happy hippo das ist einer meiner weniger geliebten äh snacks von kinder würde ich sagen das ist mein niedrigst geliebter kinder snack leckmuscheln gleiche wie die flick and lick lolis bin ich kein lolityp maas würde ich in art packen esse ich gerne alle zwei bis drei tage aber brauchst nicht jeden tag auch milky way packe ich hier ein genauso wie snickers alles drei gute riegel die ich gern esse aber jetzt nicht mich dauerhaft davon ernähren wollen würde aber kinder pinguin könnte mich rein legen daim hab ich lass daim hier unten drinne weil ich kenne nur die daim produkte ich hab aber noch nie eine richtige packung daim gegessen deswegen lass mal die mal da unten drinne merci coole idee mit der gesch- mit den geschenken und so auch dass man die quasi dann schenkt wenn jemand gebürze hat oder so oder was gutes gemacht hat feiere ich aber auch nur gewisse geschmacksrichtungen dann gibt es so komische packungen wo ich wieder gar keine mag deswegen c gibt gute sachen davon aber nicht jeder riegel ist da top Nutella be ready setze ich mir auf eine stufe mit dem happy hippo die haben glaube ich fast die gleiche füllung das ist halt noch ein bisschen so eine weiße creme mit drin aber eigentlich fast das identische mentos setze ich in c weil es für mich keine wirklich süßigkeit ist das sind das sind diese kirschen hm die kirschen mag ich eigentlich schon von haribo haribo kirsche kommt bei mir in A rein die dinger diese Uhren früher geil wenn du die gehabt hast du hast du hast du der king mittlerweile glaube ich würde ich sie nicht mehr so essen die sind mir viel zu hart mittlerweile glaube ich goldthaler da hab ich auch hab mal gefeiert als kind geschmacklich sind die aber richtig schlecht eigentlich dexto energy kommt hier in c rein genauso wie mentos und tricola vorm sport und so mega wenn du mal noch so einen kleinen kick brauchst oder so mache ich das schon oder in der halbzeit mal wenn ich jetzt kommt wieder achtung handball wenn ich handball spiele aber jetzt nicht als süßigkeit also ich würde jetzt würde jetzt nicht mich auf die couch setzen abends würden wir so eine stange äh stange dexto reinhämmern also das würde ich nicht machen pick up pick up schon geil schokokeks generell so eine gute kombi pack ich in A was ist das diese leck eier ne ne gar nicht gar nicht die schmecken richtig scheiße die hast du am ende irgendwann nur noch aufgekloppt weil du die überraschende drin haben wolltest und am ende war irgend so ein kaugummi oder sowas drin Salzletten Wobei es tatsächlich noch ein bisschen höher einordnen würde Was sind das Lachgummi Milch Bubis haben wir noch andere Lachgummis Wir haben noch Milch Bubis und Dann würde ich die Lachgummi Milch Bubis nämlich in A reinpacken und diese Lachgummis S. Wenn die bei uns auf dem Wohnzimmertisch liegen 10 Minuten wenn überhaupt Kinder Choi Klar ist hier Leibniz Kekse S. oder A Ich pack es in A Auch wenn ich Ne pack ich in A Aber finde ich mega Prinzenrolle ähnlich wie Pickup Gute Kombi Schokokeks Du machst dir die Hände nicht dreckig, ich hast trotzdem Schoko dabei Boah Ufos Also wenn man die nicht in S packt Kann ich nicht verstehen Katjas Grünohrhasen Ne Also Ich brauche keine gesunden Süßigkeiten sorry Entweder will ich Süßigkeiten essen oder ich will gesund essen und deswegen Passen die da nicht rein M&Ms mit Nüssen B Würde ich in B packen Skittles A Weil Skittles haben das Problem wenn man zu viele auf einmal isst Dann Stopfen die ordentlich und du kriegst Bauchweh Deswegen Nochmal Skills und ordnen wir beide Skills einfach hier rein Der Trolli Burger Früher wollte ich immer Trolli Burger haben Mittlerweile Gibt es bessere Gummibärchen würde ich sagen Mikado Stäbchen Aha Also Mega Eigentlich müsste ich alles was in A ist Wir sagen alles was in A ist könnte ich jeden Tag eigentlich fast essen Was in A ist Davon würde ich mich ernähren also Wenn du mir Lebenslänglich Buenos geben würdest Alter ich würde es machen Buenos Hallo Beste Snack überhaupt Werter Was ist das hier Hier haben wir noch Tic Tacs Haben wir noch andere Tic Tacs Haben wir noch andere Tic Tacs Ja wir haben noch andere Tic Tacs Die sind kacke Das sind so Erdbeer Komische Mischungen Ne das braucht kein Mensch Werter Original habe ich noch nie gegessen Und das sind glaube ich Mozart Kugeln Habe ich leider auch noch nie wirklich gegessen Muss ich feststellen Das sind drei Sachen die ich noch gar nicht gegessen habe KitCat B Ist ein billiger Abklatsch von Nutella Aber Von Nutella KitCat ist ein billiger Abklatsch von Duplo Und Duplo ist tausend oder besser als KitCat Ballisto Haben wir nur Ballisto Lila Ballisto Lila Das ist mit so Blaubeer Zeug und sowas glaube ich Das sieht so aus jedenfalls Wenn das da drauf Kommt hier rein Ballisto normal hätte es in C geschafft Weil es den praktischen Vorteil hat Die sind geil auf der Skipiste Sonst aber auch wirklich nicht Er sieht die auch nicht so wirklich After Eight Muss ich da oben rein tun Kenne ich viele die das gar nicht essen Aber After Eight Ich kriege auch als einziger immer ein After Eight Weihnachtsmann Weil ich die mega finde After Eight ist Mit meiner Lieblingsschokolade fast würde ich sagen Raphaelos S Ganz klar Twix Ähnlich wie Snickers Milky Way und Mars Das sind diese langen Schlangen da Die kommen bei mir in C Ferrero Rocher Dagegen wieder Ist eine Stufe finde ich unter Raphaelos Ich feiere Raphaelos Mehr als Ferrero Rocher Toffifee Hm das ist jetzt schwierig Weil Toffifee sind schon geil Aber ist es mir S wert für Toffifees zu gehen? Ne Sind das einfach Salzbrezeln? Salzbrezeln kommen bei mir einfach hier dazu Zu den Salzstangen Chocolate Toffees Kommen hier unten rein Weil Toffifee Das ist ein billiger Abklatsch davon wieder Malteser Sind gut Ich pack sie in B Weil ich in A Die M&Ms pack Die sind ungefähr gleich finde ich fast Aber da finde ich die M&Ms besser Ne warte doch Das sind diese blauen Die so drinnen mit knuspern Find ich gut Was haben wir hier noch? Haribo Colorado Bah! Ich hasse Ich hasse La Gritze Und da ist La Gritze drin Deswegen D Ganz klar D Kinder Country Kommt bei A rein Diese Schlangen Diese Schlangen Die gibt es immer bei Handball Gab es immer bei Handball Turnieren Und jetzt bei unseren Spielen glaube ich immer noch Pack ich ein B rein Würde ich mir jetzt nicht mehr so schmecken Hier Vampire von Haribo Gleiches wie die Colorados Problem Tutti Frutti Oder wie ne? Doch Tutti Frutti heißt das auch Tropic Frutti Okay Kommt hier unten rein C Kann man mal essen Brauch ich es auch nicht Erdnussflocken B Zum Fußball gucken und so immer gut Wenn man die da hat Irgendjemand ists immer Kaufruchtchen Die kommen bei mir in D rein Das ist so Zeug Das wird an Fasching Ausgeschmissen Weil es billig ist Man viel davon einkaufen kann Und viel ausschmeißen kann Aber es schmeckt doch eigentlich keinem Mao Am Das sind diese dicken Dinger Die sind wieder geiler Als diese normalen Mao Ams Die kommen bei mir In A Dann haben wir Pico Balabala Das ist eine Haribo Variante Die kommt bei mir in A rein auch Zu den anderen Haribos hier Trolli Würmchen Glühwürmchen Glühwürmchen heißt die Sau Glühwürmchen Okay Auch nicht gewusst Kommt bei mir auch in A Also Mr. Tom Ne lass ich unten rein Kann ich euch jetzt nicht sagen Ob ich den schon gegessen hab Wahrscheinlich schon an Fasching aus So ausgeschmissen worden Aber Kann ich jetzt nicht mehr Pets Spender Pets mit dem Spender Sau lustig Äh Warst du der King Wenn du sowas hattest Aber geschmacklich Ich pack es in C rein Oder ne Wir lassen es hier unten Kaufen wir uns einfach Probieren es mal Bounty Ganz klar hier hoch dazu Generell auch so Kokos Zeug Dickmanns Ah Ganz klar Ah Fischermanns Friend kommt hier unten Für mich rein Es hat auch ein praktischen Ding Mit dem dass du Wenn du jetzt Unterwegs bist Schnell dann mal den Mundgeruch Oder so Abtöten kannst Wenn du längere Zeit Nach einer Zugfahrt oder so Noch keine Zähne putzen konntest Dann kann ich die schon mal nehmen Fritt Schlechte Mau ams Schlechte Mau ams einfach Spekulatius Ganz klar Ist hier Einer der geilsten Kekse Die jemals erfunden haben So ein bisschen Zimt drin Ist mega Hier kommen wir hin Ganz klare mitnehmen Dings So diese Klar Wenn irgendwo ein Glas steht Wo Süßigkeiten drin sind Sind die mit 90%iger Wahrscheinlichkeit drin Und dann sind sie mega Die Haribo Rollen hier Feier ich gar nicht Lakritze Generell hier rein Weiß auch schon lange nicht mehr gegessen Aber das werde ich nicht für euch probieren Da kotze ich Lolli Ich bin kein Lolli-Typ Deswegen kommen die rein Emolkal Schlechte Hustenbonbons Finde ich Sind nicht meine Sind nicht meine Favoriten Wenn ich Hustenbonbons nehmen würde Deswegen packe ich die hier rein Schokolinsen Sind gekühlt Sind die fast Esst hier Ich lasse aber mal hier In A-Trenner Weil in S will ich wirklich nur mega Sachen Auch hier Die Dings Wie heißen diese Puffreis Würde ich auch nicht in S reinpacken Aber für A sind die echt gut Diese Dinger sind schwachsinn Und eklig Diese Traubenzucker Dinger kommen auch hier rein M&Ms Schoko A Also ihr seht A ist bei mir richtig gut verdrehen Aber wieder ein Mao am Abklatsch hier Mamba Von Aldi glaube ich Was ist denn das Die Kenne ich nicht diese Mao am Variante Aber Mana haben wir noch Mana ist auch Mana Mana Pack ich hier rein Hier Kinder King oder wie diese Dinger heißen Kenne ich nicht Müsste ich auch mal probieren Milka Kommt auch auf den Geschmack Da gibt es so viele Geschmackssorten Aber generell S Oreos Würde ich in A packen Was haben wir hier noch Ritter Sport Pack ich in B Gibt es geile Sachen Gibt es aber auch Ist eine Standard Schokolade würde ich sagen Ist jetzt keine Monster Schokolade Russisch Brot pack ich auch in B Sendershocks D Smarties sind für mich B Genauso wie Toblerone Knoppers Knoppers Ist schon ein geiler Riegel Wie nennt man das Knoppers ein Riegel Würde ich schon sagen Oder? Knoppers Riegel Allein schon mit der guten Werbung Hast du immer im Ohr Das 9.30 Haben sie schon eigentlich reingebrannt bei mir Ist auch gut Diese Kombi aus Schoko Milch Erdnuss Butter Oder was da drauf Oder dieser Nougat Creme noch Und der Dieser Dieser Waffel Das ist schon gut Tic Tacs Kommen bei mir wegen Legenden Status Weil ich die immer von meiner Oma oder Opa geschenkt gekriegt hab Kommen die in A rein Diese Traubenzucker Sind auch oft in den Auslagen bei Ärzten oder sonst wo Sind aber nicht ganz so gut wie die anderen zwei hier oben Trolli Apfelringe Sind bei mir B Trolli Pfirsichringe Ganz klar A Dann haben wir hier Tuck Würde ich bei B reinpacken Überraschungseier Kommen natürlich hoch zu den Kinder-Choice Geht nichts über Überraschungseier Cotto Ihr wisst Kaffee Solo Conciotto Kommt in A Die Würmer Packen wir B rein Und Joghurette Mach ich gar nicht diese Kombi Schoko mit dieser Erdbeerfüllung da Ist gar nicht meins So Jetzt gucken wir uns das mal schnell an So dann machen wir hier die Werbung mal weg Für Einmal das komplette Ding haben So Jetzt haben wir das ganze Gucke ich mal ob ich die irgendwo besorgen kann Dime Mozartkugel Wer das Original Mr. Tom Petspender Diese Dominosteine Mau Am Choi Sticks Kinder King Kinder Kinder Maxi King Sorry Kinder Maxi King Und der Lion Snack Hier Gucken wir mal Ah ja hätte ich fast vergessen Wenn euch das Video gefällt Lasst mir ein Like da Schaut mal auf Twitch vorbei Folgt mir hier und auf Twitch Aktiviert die Glocke um nichts mehr zu überpassen Ja Und Schreibt gerne in die Kommentare was ihr ändern würdet an der Liste Ich meine wenn ihr was ändern wollt habt ihr eh keinen Geschmack aber Lasst mich trotzdem wissen damit ich weiß nicht was für Leute ich hier ja mit was für Leuten ich es hier zu tun habe Ich буду auf dem YouTube Was auch willst Du Einen bis zum nächsten Mal Schrauben 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 Untertitelung des ZDF, 2020